Wollen wir es jetzt noch mal kurz in Hot Shirt. Da. Ähm. Strategie. Ausrüstung. Hot Shirt, so. Dieses Projekt, das wird mich so fertig machen. Naja gut. Angriff. Destroy you, vernichten. Ich vernichte sie alle. Los, Angriff. Vernichten. Groß Ziel, vernichten. Na los. Na los, was soll das? Danke. Ich sitze bewusst durch den Empfängen ein, weil ich möchte TP sparen. Weil ich hab noch nicht so viel, auch wenn zwei nicht viel sind, aber... Ich möchte es einfach sparen. Ja, oh Gott. Ja, komm. Oh, warum vergiftest du mich jetzt? Ich glaub, das Gift trifft sogar noch die Kampfweite, so. Genau, genau das gefällt mir jetzt doch eigentlich. Ja, ich bin immer noch vergiftet. Das ist jetzt der ganze Tag. Kochen. Ich hab natürlich die Zutaten dafür nicht. Fruit Cup hier auf. Haltvergiftung. Ja, Reisbärchen hätte ich jetzt gebraucht. Reis und Seetan. Kann ich sogar alles kaufen können. Oh, ich bin so dämlich. Abwecheln. Abwecheln. Wie sieht's denn aus? Beschissen. Speicherpunkt hier. Wenn ich nicht vergiftet wäre, würde ich ihn sogar nutzen. Toll. Das ist sowieso jetzt schon wieder mein Ende. Ich hab jetzt bitte Gift. Das ist eine Frage der Zeit, wenn ich draufgehe. Er kommt. Ist der einfach jetzt so blöd. Er kommt. Stirbt einfach. Er kommt. Genau, jetzt hat Mentor nicht mal mehr TP, um Dings zu machen. Um mich zu heilen. Das ist auch ganz toll. Dann werden wir jetzt mal Strategie ändern. holen wir einfach mal auf, was das ist. Oder wann, was die anfangen könnte. Was ist hier drin? Tausend. Geil. Oh ja, die bringen mir viel, wenn ich gleich sterbe. Noch sehr viel bringen die mit an. Ich kann mich einfach mal ein bisschen hoch. Ja. Käferbärn. Wir kennen uns ja schon. Komm. Strategie nochmal. Was macht sie, wenn ich sie Magie eng stelle? Er ist kräft ein bisschen mit an. Er ist ja hinten nur noch dumm rumstellt und gar nichts mehr macht. Dann lass ich sie lieber sowas machen. So. Oh, tatsächlich noch siegt. Wow. Ich wehre mich zumindest gut. Was ist denn noch einer? Toll, ich bin wieder mittig, heißt das jetzt. Ja, hallo. Ja, das war's wohl. Ja, ich bin hier von Pech verfolgt. Das wird so lustig. Alles noch. Was ist denn mit diesen Giftfischern flüchtig? Käferbärn und diesmal zog ich nur zwei. Einen kann ich wirklich machen, damit ich sowieso TP wieder bekomme nach dem Kampf. Neal, ey. Oh, Moment. Lass mal so mal an, wenn ein Gegner Feuer stellt. Ist aber schön. Vergiss es. Hm. Oh, die ist schon weg. Das ist ja schön. Moment, halt mich jetzt mal. Oh, doch nicht. Sehr schön. Heute steht wiederholen. Wir kennen das alles. Oh, ffff. Fertig wird sich ziehen, wenn ich so oft draufgehe. Na ja, gut. Wie gesagt, das wird man anfangen zu sagen später. Sollte das nicht mehr so sehr feilen, dass das öfters passiert. Wenn ich ein ordentliches Team zusammen habe. Und ordentliche Techniken beherrsche. Nee, komm. Nee, komm. Die vergiften mich eher nur wieder. Ja, Mensch, hab ich noch geheilt. So, und tschüss. Die kämpfe ich einfach nicht mehr. Das ist mir zu blöd. Abfick geht. Das ist schön. Okay. Schaue ich mich hier kurz um. Nö. Ihr seid jetzt dumm. Zu dumm. Ja, mit verteidigt mich, falls die nicht ab... Äh... Aufhalten wollen sie fliegen, würde ich sagen. Und hier ist noch was. Bohnenkraut. Oh, das ist schön. Das wird... Augenangst zu meiner Werte. Das ist zu später noch. Okay, verbeeren drei Stück. Oh Gott. Drehst du dir eine ab. Lass es nur taktisch eingehen, denn das ist nicht machbar. Genau, Moment, greif mir dann. Nein. Aus. Geht weg. Danke. Los. Halt ab. Und das. Oh, kommt. Lass mich in Ruhe. Haben sie das tatsächlich hinbekommen? Ist wieder in der Mitte still. Schnell. Wir sehen gut jetzt. Ist das egal. Jetzt kannst du über mich springen. Jetzt stürzt es mich nicht mehr. Tschüss. Bye. Oh, yeah. Oh, weißt du, haben wir dann das nächste Level ab? Dürfte ich das mal erfahren? Äh, 24 noch, 35 noch. Okay. Papier. Oh, das ist für den Moment erstmal nicht schlecht. Nee, das würde ich gar nicht abstreiten, dass das im Moment ganz gut ist. Ähm. Ähm. Ja. Schneiden. Sinkt zwar um 3, aber stechen steigt um 4. Aktion steigt um 20. Das nehme ich einfach mal. Muss ich jetzt mal aufpassen, dass ich mir steche. Gut, jetzt kann man hier auch mal speichern, dass ich diesmal hier nicht vergiftet angekommen bin. Was ich auch sehr schön finde. Daten wurden gesichert. Okay. Zwei Käferbären, die von der Seite. Ist okay. Okay. Na komm. Geh einfach weg. Geh weg. Moment, komm her. Komm her. Oh man. Moment, heil mich. Moment, was tust du? Irgendwie klappt hier grad was. Überhaupt nicht. Ja nö, ist okay. Ja komm, siegt mich. Ich hab eben sowieso grad gespeichert. Nee, ich werd's gar nicht abstreiten. Ich werd nur. Wir sind ein Projekt, der viele Tore erleiden wahrscheinlich. Wird nicht abstreiten. Okay, so ist besser. So, komm, das bringt nichts zu durcheinander. Jetzt wird sie wieder in den Nahkampf gehen. Das ist nicht gut, wie man grad gesehen hat. Oh nein. Ich muss hier ganz schnell raus. Moment, kräft ihn an. Moment, jetzt haut drauf. Genau. Aber heilen solltest du auch mal. Ja, dankeschön. Ey, wie die F-F-F-E-Dura springt, dass man umkreist von dir oder kann man nichts macht. Das ist doch bestimmt so eine eingeschöpfte Taktik von dir. Ich mag die Käferbeeren nicht. Das klappt eben nicht immer. Und das erst recht nicht, wenn es mal drei sind. Nur, ich meine. Drei. Ehmt. Nein. Verkehrter Knopf. Komm und tschüss. Komm, ich will das Geld noch haben. Tausend Geld erhalten. Danke. Käferbeeren. Komm, komm, komm. Das schaffe ich das. Genau. Zum Beispiel hinten. Bleiben. Und jetzt ist es schon wieder passiert. Komm, gib mir einfach einen Abweg-Gil. Besser muss ich erst mal versuchen, den hier zu besiegen. Ich habe sowieso... Mann, ist das beschissen. Ganz ehrlich, das ist doch nicht... Das ist doch nicht fair. Wartet mal. Ich will auf jeden Fall das Geld. Ja, genau. Ja, genau. Quallen. Danke. Tschüss. So. So, 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 so. Ja, komm, ich bin speich. Punkt. Natürlich nicht. Aber es sind ja nur Quellen, wo ich sowieso abhaue. Wiedersehen. Ich bin ein bisschen angepisst, ja. Ein bisschen. Ich will nicht wissen, wie viel Tode ich jetzt schon in diesem Display hatte. Und das ist noch gar nicht so alt. Eine Stunde genau spiele ich schon. Vier Parts erst. Wenn das aber mit meinen ganzen Toten... Da werden ja wieder die Zeit nicht mitgezählt. Wieder nicht bis dahin immer gespielt haben. Das sollten also mindestens fünf Parts sein. Na ja, komm.